Und ich finde die Worte einfach unglaublich schwierig, aber ich möchte es mir selbst nicht immer so sagen. Ich habe das Gefühl, wenn man es sich jetzt immer so sagt und dieses Narrativ immer wieder reproduziert, dann hat man diesen Glaubenssatz in sich drin und den will man so schnell nicht mehr los. Und das darf man für die Prüfung aber nicht haben. Ich schreibe in drei Wochen Abitur und das ist so weird, das zu sagen. Denn ich habe mittlerweile seit drei, vier Jahren einen Study-Account hier auf YouTube und auf Social Media, wo ich jede Woche meine Lerntipps teile, mich filme beim Lernen und so weiter. Und jetzt einfach dieses Kapitel irgendwie abzuschließen, ist super komisch. Und auch wenn man das nicht hat, ich glaube alle, die es hier gerne angucken, machen vielleicht Abitur oder machen das in Zukunft. Und nach zwölf Jahren fertig zu sein, ist erst mal ein ungewohntes Gefühl. Und ich habe natürlich auch bezogen auf meine YouTube-Karriere hier mich sehr viel mit dem Thema Abitur und Schule beschäftigt. Natürlich gezwungenermaßen auch immer. Und hatte natürlich auch immer so einen Druck da, auf jeden Fall noch gute Noten zu haben. Eben weil ich zeigen möchte, dass meine Methoden funktionieren. Und das tun sie, weil ich aktuell einen 1,0-Schnitt habe. Ich glaube, ich habe sogar 0,9 oder so. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Ich möchte heute gerne mal meine Gedanken jetzt so kurz vor den Prüfungen mit euch teilen. Zumal ich nicht mal angefangen habe, so richtig dafür zu lernen, was ungewohnt für mich scheint. Und ich möchte jetzt gerne einfach mal kurz erklären, wie ich mich fühle. Und vielleicht fühlen sich ja einige von euch verstanden, können das nachvollziehen. Und ihr könnt ja auch gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Genau, ich gehe logischerweise wie alle seit der ersten Klasse in die Schule. Bin dann in der siebten Klasse, wie es in Berlin-Brandenburg üblich ist, aufs Gymnasium gewechselt. Und bin jetzt seit zwei Jahren in der Oberstufe. Ich mache G8, also zwölf Jahre. Hatte vier Qualifikationsphasen, Leistungskurse, Englische Politik. Und genau, mache jetzt in drei Wochen, in drei Wochen ist meine erste Prüfung, genau in drei Wochen. Da habe ich vier Prüfungen, drei schriftliche, Politik, Englisch, Mathe und Mündlich noch Spanisch. Und ich fühle mich mehr oder weniger gut vorbereitet, weil auch wenn ich jetzt noch nicht mit dem intensiven Lernen angefangen habe, muss man sich auch vorstellen, dass man die letzten zwei Jahre nur für diese Prüfungen gelernt hat. Also alle Unterrichtsstunden, alle Klausuren waren ja schon Simulation und Üben für diese Prüfungen. Also man hat die ganze Zeit ja schon gelernt, deswegen mache ich mir jetzt auch nicht allzu große Sorgen vor den Prüfungen. Das heißt, ich weiß, dass ich da wahrscheinlich nicht durchfallen werde, weil ich auch alle Klausuren bisher gut gemeistert habe. Und deswegen, ja, habe ich jetzt nicht eine Panik. Ich bin auf jeden Fall sicher, dass ich da durchkomme, ohne durchzufallen. Aber das wäre auch ein bisschen komisch gewesen. Ja, aber ich, wie gesagt, halt einen 1,0-Schnitt aktuell habe und in allen Klausuren auch immer echt gut abgeschnitten habe, weil ich natürlich dafür auch echt viel gemacht habe. Und das ist auch der Punkt, wie bei mir das Gefühl ist, dass ich für alle Klausuren und für die Tests und im Unterricht immer sehr viel gemacht habe. Und jetzt mit dem Abitur habe ich irgendwie nicht viel gemacht, weil ich hatte jetzt so viel zu tun in letzter Zeit. Also gerade diese letzten Wochen waren bei mir sehr voll mit anderen Dingen. Jetzt gerade auch auf mein Business bei YouTube jetzt bezogen. Und ich war jetzt auch bei Jugend debattiert halt im Landeswettbewerb und war da auf Seminaren und so weiter. Also war alles ein bisschen stressig und für mich ist irgendwie das Abitur so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, was eigentlich komisch ist, weil es immer so in den letzten Jahren so mein Hauptteil meines Lebens eigentlich war. Gerade weil ich ja auch diesen Study-Kanal hier habe. Aber natürlich fühlt sich mir auch die Frage, wie wichtig ist mein Schnitt dann eigentlich, weil ich möchte ja, wie ihr wisst, Jura studieren. Und für Jura brauche ich noch nicht mal so einen sehr guten Schnitt. Also der NC ist da wirklich nicht so niedrig. Und ich weiß, dass ich meinen Schnitt jetzt nicht so krass verkacken kann. Wenn ich jetzt an 1,0 stehe, dann werde ich auch, wenn ich in den Prüfungen nicht so gut abschneide, also werde ich wahrscheinlich nicht meinen 1er-Schnitt ruinieren. Und damit kann ich auf jeden Fall immer noch meinen Traumstudiengang belegen. Deswegen muss ich auch ein bisschen priorisieren, einfach zwischen verschiedenen Dingen und überlegen, wie wichtig ist mein Schnitt jetzt eigentlich wirklich. Kann ich aber ganz kurz so eine Übersicht geben, wie ich auf meine Prüfungen vorbereitet bin oder wie gut ich mich fühle. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen relaten, weil mein großes Problem verhältnis, das ist bei mir wirklich Mathe. Ich habe ja sonst noch Spanisch mündlich und bei Spanisch fühle ich mich echt gut vorbereitet, weil ich seit einem halben Jahr auch schon Spanisch-Abitur-Vorbereitung mache. Das heißt, ich habe einen Nachhilfelehrer, mit dem ich auch einmal die Woche so ein bisschen rede, einfach auf Spanisch, um das durchzugehen, um das einfach ein bisschen zu simulieren und zu üben. Und ich hatte in Spanisch bisher auch in jeder Qualifikationsphase 15 Punkte, also eine 1+. Fühle mich deswegen eigentlich schon relativ sicher in der Sprache auch und denke, dass die Prüfung da, denke ich, also hoffe ich mal auch auf eine 1 hinauslaufen wird. Dann kommen wir zu Englisch und Politik. Das sind meine zwei Leistungskurse und da hatte ich, ich hatte jetzt in Englisch auch in jeder Klausur tatsächlich 15 Punkte. In Politik war ich auch immer zwischen 14 und 15. Sprich, da mache ich mir auch nicht zu große Sorgen, was die Methodik angeht. Aber klar, der Inhalt ist immer was anderes, weil es hat man ja wirklich aus vier Qualifikationsphasen den ganzen Inhalt, zumal man ja auch nicht im Unterricht alles gemacht hat. Gerade in Politik ist es bei uns so, dass wir nicht alles geschafft haben und deswegen ja, ich am meisten Angst habe vor dem Thema, also vor dem Stoff, was man da wissen muss. Weil wir dann leider wirklich nicht alles geschafft haben und mich jetzt vor allem an dem Rahmenlehrplan nochmal orientieren muss und gucken muss, was muss ich jetzt nochmal extra aufarbeiten, um dann wirklich für alles vorbereitet zu sein. Ich glaube, da hilft es gerade in diesen Fächern sehr, ein gutes Allgemeinwissen zu haben, um gut die Nachrichten zu verfolgen, um leider auf dem neuesten Stand zu sein. Genau, aus Englisch und Politik ist es okay, auf jeden Fall. Ich denke, das wird auch schon irgendwie, ähm, aber Mathe, wirklich, Mathe ist mein Endgegner und ich habe echt Angst vor Mathe. Ich musste gerade meine SD-Karte wechseln, weil der Speicherfall war lost. Sieht man mich jetzt noch? Ich hatte schon mal in der Klausur 15 Punkte in Mathe, aber das ist nicht mein Standard, auf jeden Fall nicht. Und ich finde Mathe einfach unglaublich schwierig, aber ich möchte es mir selbst nicht immer so sagen. Ich habe das Gefühl, wenn man es sich jetzt immer so sagt und dieses Narrativ immer wieder reproduziert, dann hat man diesen Glaubenssatz in sich drin und den will man so schnell nicht mehr los. Und das darf man für die Prüfung aber nicht haben. Und an sich weiß ich ja, dass ich nicht dumm bin und dass ich Mathe hinkriegen würde, wenn ich mir da auch genug Zeit nehme, die Aufgaben durchzurechnen. Und ich glaube, die meisten von euch sind so. Ich glaube wirklich, dass die wenigsten wirklich das an sich nicht können. Ich glaube, die meisten haben einfach diesen Glaubenssatz, Mathe ist schwierig, ich kann Mathe nicht. Oh Gott, mein Akku ist gleich leer, was soll das? Und ich bin mir so sicher, dass wenn ich wirklich mich da richtig reinfuchsen würde in das Thema und mich extrem viel damit beschäftigen würde, würde ich da eine gute Note bekommen, auch eine sehr gute Note. Und ich glaube, diesen Glaubenssatz zu haben und dass wir alle den jetzt einfach mal aufnehmen, würde uns extrem viel in unserem Leben weiterbringen. Dass man diesen Glaubenssatz hat, ich kann alles lernen, was ich will. Und das glaube ich auch wirklich vom tiefsten Herzen, dass es so stimmt. Man muss aber da, finde ich, priorisieren. Und ich werde auf jeden Fall lernen, das ist klar. Und ich werde auch viel lernen und gut lernen für die Klausuren. Habe aber jetzt für mich gemerkt, dass irgendwie meine Erwartungshaltung zurückgegangen ist so ein bisschen, weil ich jetzt so viele andere Dinge neben der Abi noch gemacht habe und einfach gezeigt habe, dass mein Wunsch nach Academic Validation, also mein Wunsch nach guten Noten, dass man dadurch einfach so erfüllt wird, dass man dadurch seinen Wert nimmt, das ist wie Peter jetzt angefangen, dass das nicht mehr so eine hohe Relevanz hat für mich. Also dass ich jetzt durch meine anderen Aktivitäten merke, okay, ich bin auch noch mehr als meine Noten. Und ich kann noch mehr in meinem Leben machen als nur Schule. Und das hat so ein bisschen, als Konklusur jetzt der ganzen Geschichte, hat ein bisschen meine Erwartungshaltung runtergeschraubt, was sehr schön ist auf jeden Fall, aber gleichzeitig auch komisch ist, weil dadurch, dass ich halt so viel auf YouTube und Social Media poste zum Thema Noten und Schule und Lernen, mein Narrativ immer so ein bisschen verschoben war und immer so war, ja, okay, Schule ist so das Allerwichtigste. Und jetzt so kurz für den Abi-Prüfungen verschiebt sich das alles. Und das ist super weird. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich das für mich einordnen soll. Im Großen und Ganzen ist die Konklusion dieser Geschichte hier, was ich euch gerade erzähle, dass ich glaube, dass Abitur sehr wichtig ist auf jeden Fall. Und es ist auch richtig, sich da ein bisschen Druck zu machen, wenn man gute Noten haben möchte, dass man da viel lernt oder gerne lernt. Ich aber auch glaube, dass man nicht eine zu hohe Erwartung an sich haben sollte und sich nicht zu viel unnötigen, negativen Druck aufbauen sollte. Und dass man vor allem auch Vertrauen in sich selbst haben sollte und sagt, ja, ich hatte jetzt die letzten zwei Jahre nur Vorbereitung auf diese Prüfungen. Also so schlimm können sie auch nicht werden. Und ich gehe jetzt mit einem gemischten Gefühl in die Prüfungen. Ich denke mir einerseits, hey, die werden bestimmt gut, das ist cool. Ich freue mich, mein ganzes Wissen jetzt zu zeigen in diesen Prüfungen. Und letztendlich denke ich mir, wenn es nicht gut wird, ist es halt so. Und dann ist es auch nicht das Ende der Welt, weil es nicht einen so hohen Stellenwert hat, wie ich es irgendwie in meinem Kopf die letzten Monate, vielleicht auch Jahre irgendwie hatte. Das heißt, ich konnte das für mich eigentlich ziemlich gut relativieren und bin auch fein damit, wenn die Prüfungen nicht so gut laufen, wie ich es mir erhofft hatte zum Beispiel. Und das ist irgendwie ein ganz angenehmes Gefühl, auch wenn es erst mal ein bisschen ungewohnt ist. Ich hoffe, dass ihr meinen Gedanken ein bisschen folgen könnt. Ich weiß nicht, ich glaube, das war jetzt ein wenig unstrukturiert. Liegt daran, dass es in meinem eigenen Kopf auch noch etwas unstrukturiert ist. Ich habe jetzt einfach mal so drauf losgeredet, weil ich es irgendwie ganz spannend fand, meine Gedanken zu teilen. Vielleicht kann hier irgendjemand relaten. Das wäre ganz interessant. Ich weiß nicht. Ich hatte nämlich letztens auch so ein Instagram-Reel und TikTok gepostet, wo ich halt genau die Situation geschildert habe und meinte so, ich war die letzten zwölf Jahre so hinterher gute Noten zu bekommen. Ich habe jeden Tag, nein, nicht jeden Tag, aber habe sehr viel gelernt, war super diszipliniert und ambitioniert. Und jetzt so drei Wochen vom Abi bin ich so, who cares? Und das war witzig, weil ich hatte dann dieses TikTok gepostet und es haben voll viele repostet, auch voll viele so studied, TikToker und so und meinten, dass sie das irgendwie fühlen können. Und das war echt witzig, dass man da nicht alleine ist und dass viele Menschen das ebenfalls so sehen, dass sie dann, bevor es wirklich wichtig wird in den Prüfungen, irgendwie sich denken, why? Ich werde auf jeden Fall weiterhin hier meine Abiturreise dokumentieren durch Mitnehmen bei allen Sachen und freue mich schon. Natürlich wird auch nach meinem Abitur weiterhin Content kommen zum Thema Lernen und so weiter. Das heißt, falls ihr erst in den nächsten Jahren Abitur macht, keine Sorge, mein Content wird sich nicht viel verändern, denke ich mal. Es wird immer noch viel ums Lernen gehen und so weiter, Produktivität, Organisation. Das ist ja immer noch eins meiner Hauptbestandteile und einer meiner Hauptinteressen auch im Leben. Dieses Lifelong Learning, wie kann man sich weiterbilden und so, das wird immer ein Hauptpillar in meinem Content sein, solange ich noch Content mache für euch. Ja, es freut mich sehr, dass ihr mir heute zugehört habt. Das fand ich, das finde ich sehr schön und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr das fühlt, ob es euch ähnlich geht, ob ihr sowas schon mal gehört habt, kennt und wie ihr euch jetzt vor allem auf das Abi vorbereitet fühlt oder wie ihr euch generell fühlt. Wäre sehr interessant und dann hoffentlich bis ganz mal wieder. Bis dann, tschüss!